Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Der Vietnamkrieg kritisiert, später die Medienpolitik der USA und die Globalisierung. Jetzt ist er so alarmiert, dass er sogar eine Totenmesse anstimmt. Requiem für den amerikanischen Traum lautet der Titel seiner neuesten Bestandsaufnahme. Martin Tschechner hat sie gelesen und Noam Chomsky dazu befragt. Jeder Film aus der Traumfabrik von Hollywood erzählt dieselbe Geschichte. Jeder Angestellte in seinem Großraumbüro ist darin gefangen wie in einer Endlosschleife. Du kannst es schaffen. Wer sich anstrengt, der wird es zu etwas bringen. Zu einem Haus, einem Auto, einer soliden Ausbildung für die Kinder, einem guten und sinnvollen Leben. Es ist das Mantra des amerikanischen Traums. Aber, so Noam Chomsky, dieser Traum hat sich ausgeträumt. Er ist verkommen zu einem leeren Mythos und schlimmer noch, er hat sich korrumpieren lassen zu einer Formel, mit der eine immer kleinere, immer mächtigere und reichere Elite ihre Privilegien ausbaut und sichert und weiter ausbaut und die Welt dabei sehenden Auges vor die Wand fährt. Auf Risiko und auf Kosten derer, die immer noch in der Illusionsschleife ihre Bahnen ziehen und sich weigern, eine Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen, die sich vielleicht leise, aber dank schneller Entschlossenheit in wenigen Jahren und Jahrzehnten in das Gegenteil dessen verkehrt hat, was der Traum von Freiheit und Demokratie einst versprochen hat. So gesehen ist der weit über die Grenzen seines Fachs hinaus bekannte Sprachwissenschaftler vom Massachusetts Institute of Technology ein echter Aufklärer. 88 Jahre alt, vielleicht der letzte seiner Art. Was bisher geschah, so fasst Chomsky den Stand der Dinge wie in einem Drehbuch zusammen, ist dies. Wir haben durch unser rücksichtsloses Streben nach Macht zwei fundamentale Bedrohungen aufkommen lassen und dafür die Demokratie geopfert. Und dann, in bitterem Spott, was für eine großartige Leistung des menschlichen Verstandes. Die Mechanik dieses Zusammenspiels, die Logik von hemmungslosem Machtstreben auf der einen und immer schnelleren, immer radikalerem Machtverlust auf der anderen Seite, die genau daraus erwachsene zweifach Bedrohung durch Klimakatastrophe und nukleare Katastrophe, siehe die Hurricanes, die vor dem Golf von Mexiko Schlange stehen, siehe der kaum noch steuerbar eskalierende Konflikt mit Nordkorea, Sie sind Gegenstand eines Films, in dem Noam Chomsky die Geschichte eines inzwischen rettungslos überhitzten Turbo-Kapitalismus zusammenfasst, die Interpunktion von Ursachen und Wirkungen mit dem Seziermesser des Linguisten analysiert und schließlich in kühler, illusionsloser Konsequenz feststellt, dass der einzige und letzte Ausweg aus einem Szenario der Katastrophen versperrt ist. Versperrt, weil genau er auch den Einstieg in diesen Teufelskreis aus Macht der Wenigen und Entmachtung der Vielen erst möglich gemacht hat. Es ist die schleichende Abschaffung der Demokratie. Es ist nicht möglich, sagt er also, die Umwelt erkennbar über jede Grenze hinaus zu belasten, Kriege und Konflikte in aller Welt im Interesse einer kleinen globalen Elite zu schüren, ohne sich über die Rechte der Allgemeinheit hinwegzusetzen. Manchmal kann sich eben auch der nüchternste Wissenschaftler vor den Fakten nicht anders schützen als durch knappen Sarkasmus. Das Buch Requiem für den amerikanischen Traum ist das Buch zum Film gleichen Namens, der 2015 auf Netflix zu sehen war. Es hat dem Film gegenüber den Vorteil, der Gegenwart noch ein Stück näher zu sein, was in Zeiten eines Präsidenten Donald Trump der Argumentation wertvolle neue Aspekte hinzufügt, Anschauungsmaterial liefert für die dort formulierten Thesen, manchmal auch nur noch weitere Bestätigung dessen, was Chomsky seit den Zeiten der Studentenbewegung von 1968 immer wieder festgestellt und in seinen Streitschriften angeprangert hat, etwa was die Qualität demokratischer Wahlen betrifft. Die Wahlen seien gekauft, stellt er fest, und es lasse sich immer wieder eine sehr direkte Beziehung zwischen der finanziellen Förderung eines Kandidaten und seinem anschließenden Wahlerfolg konstatieren. Was daraus folgt, ganz selbstverständlich, ist die Dankbarkeit des Gewählten gegenüber seinen Förderern. Wer weniger sentimental veranlagt ist, beispielsweise Noam Chomsky, der spricht eben von Abhängigkeit. Im Film formuliert Chomsky seine Thesen so knapp und pointiert, wie es für das Medium geboten ist. Im Buch bleibt er dabei. Die Argumentation ist klar gegliedert und zu prägnanten Statements zusammengefasst, unterbrochen durch Quellentexte von Aristoteles über Adam Smith und Henry Ford bis zum Malcolm X und Martin Luther King, dem früheren US-Notenbankchef Alan Greenspan und der Ratingagentur Standard & Poor's. Mit anderen Worten, ein Buch zum Mitnehmen und Dabeihaben, wenn eine Debatte durch Argumente unterfüttert werden soll. Der Ton dabei ist immer wieder pointiert, bisweilen, das ist Chomskys Form von Humor im Angesicht politischen Niedergangs und drohender Zweifachkatastrophe, bisweilen durchsetzt von bitterer Ironie. So auch, wenn er die zehn Prinzipien zur Konzentration von Macht formuliert, als handele es sich um eine Bastelanleitung für angehende Sonnenkönige und Autokraten. Von Demokratie einschränken, Prinzip Nummer eins, über andere die Last tragen lassen, Wahlen manipulieren, den Pöbel im Zaum halten bis zu die Bevölkerung an den Rand drängen. Denn anders, so führt er aus, ließe sich eine Politik der systematischen Entmündigung und Enteignung nicht durchsetzen. Zerschlage jede Einheit und hetze die Leute gegeneinander auf. Einwanderer, Arme, Andersgläubige. Ist das polemisch? Chomsky sieht sich dazu gezwungen. Ist es populistisch? Ja, ein bisschen, aber weitaus weniger schamlos, als es auf der anderen Seite geschieht. Und wie zu befürchten ist, auch weniger folgenschwer. Befürchtet Martin Tschechner, der Noam Chomskys pessimistische Abrechnung für uns rezensiert hat. Requiem für den amerikanischen Traum, die zehn Prinzipien der Konzentration von Reichtum und Macht, so lautet der Titel. Das Buch liegt vor bei Antje Kunstmann, 192 Seiten für 20 Euro. Das Buch liegt vor bei Antje Kunstmann, 192 Seiten für 20 Euro.